Guten Tag, liebe Online-Gemeinde, herzlich willkommen. Mittwoch, der 6. Mai und die Lesung aus dem Johannes-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus aus, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein ernstes Wort des Herrn. Und das sagt etwas über die Unvergänglichkeit seiner Worte, aber auch, dass wir das Wort des Herrn so nicht loswerden und zur Seite legen können, wenn es einmal in unser Leben getreten ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und die Unvergänglichkeit der Worte, die Jesus spricht, die ruft er uns hier noch einmal eindrücklich in Erinnerung. Damit beginnt es auch, in jener Zeit rief Jesus aus. Also das ist jetzt kein gemütlicher Plausch so im Jüngerkreis und nichts Entspanntes und auch nicht etwas, was so in Ruhe argumentiert wird, sondern Jesus ist in Erregung, auch wegen des Widerstandes, den er erfährt. Und immer neu muss er sich damit auseinandersetzen, dass Menschen, die wähnen, Gott und Gottes Gebot genau zu kennen, dass die sich gegen ihn und seinen Anspruch stellen. Aber er sagt, ich kann nicht anders. Ich muss das sagen, was mir aufgetragen worden ist, sonst wäre ich ein Lügner. So wie ihr, sagte einmal seinen Gegnern. Und er kann und will nicht lügen, sondern das, was er dem Vater ihm zeigen sieht, das tut er. Und das, was er dem Vater sagen hört, das spricht und redet er. Also das ist ein Gehorsam, der aus tiefer Kenntnis Gottes und aus Liebe kommt. Der Vater liebt den Sohn und offenbart ihm alles und gibt ihm den Geist unbegrenzt. Und der Sohn gibt das weiter, aber er gibt es eben im Gehorsam weiter an uns. Und deshalb kann Jesus auch nicht eine Kurve schlagen oder so wie einen Haken, einen Hase, Entschuldigung, einen Haken schlägt und dann irgendwie mal so einen anderen Kurs geben, wenn der besser ankommt und so, sondern er ist auf das verpflichtet, was ihm sein himmlischer Vater gesagt hat. Komme es gelegen oder ungelegen. Das Wort, das er hier sagt, beeindruckt mich sehr. Ich werde niemanden richten, der mich ablehnt oder sich von mir abkehrt oder der mich verachtet, der von mir nichts wissen will oder der mir Feind ist. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern ich rette bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus. Aber das Wort, das er gesagt hat, das steht dann, wenn wir es nicht zur Rettung hören wollen, steht es uns zum Gericht bereit. Loswerden können wir es nicht, weil es das Wort Gottes ist. Und Gottes Wort ist ewig. Also können wir nur darum bitten, dass wir, solange wir unterwegs sind, solange wir uns auch neu orientieren und korrigieren können, dass wir in aller Freiheit, die der Geist schenkt, doch diesem Wort gehorsam sind und Jesus nachahmen in der Weise, wie er dem Vater gehorcht. Da ist nichts Sklavisches darin, sondern das ist die volle aufrechte Freiheit dessen, der berufen ist, das zu tun, was er tut und das zu sagen, was er sagt. Und so ist es auch mit uns. Wir sind im Auftrag Christi unterwegs, nicht seine Sklaven, seine Freunde sind wir und Freundinnen, aber auf sein Wort sind wir unbedingt verpflichtet. Gott segne und behüte sie alle.